So, da bin ich wieder. Ich lege mal kurz schlafen. Ja, schön, ne? Kurz mal schlafen legen. Ja. Äh, ja? Okay. Der Skinhead ist wieder da! Skin, 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 skin. Oh, da kann ich Geld verdienen, da auch, glaube ich. Für einen Job folge ich ihm, um dir etwas dazu zu verdienen. Wie viel Geld habe ich da mittlerweile nur noch? Inventar steht ja, naja. Paschengeld, 62, Döner, Döner. Hm, drücke, bla bla bla. Zeitung, schau. Rasenmähen, ah, das ist... Hat-tracking, kill away. Kleine Gemeinheiten, ah, okay, das sind zwei. Das wusste ich ja gar nicht. Ey, hier höre ich ein Flugzeug, das sucht mich. Wenn es nicht englisch ist, dann mache ich hier Rasenmähen oder so. Ich kriege ein Geld dazu. Na, Freunde, na, Freunde. Hier sind meine Freunde, richtig? Ich brauche Hilfe! Ja, 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 ja. Ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, was ich jetzt hier in meinem vierten Part, dritten Part heute... Was ich jetzt vierte Part gesagt? Näh, ganz sicher nicht, Alter. Was ich da jetzt sagen soll... Ähm, das ist jetzt nämlich der... ...dritte Part in Folge, nicht ja, gerade Aufnehmer. Warte, das sind wir einfach... ...Erkunde, geil! Ähm, ja, und das wird mittlerweile schwer, hier irgendwas zu sagen. Weil mittlerweile nichts mehr... Oh, was ist das denn für eine gleiche? Herr Matthews, dein Geografie-Lehrer? Ja, ich weiß, dass ihr alle motiviert und... ...ja, ich mag Erkunde... ...aber... ...deutschland... ...oh... ...deutschland... ...Finnland... ...oh, oh, das ist der Oma Finnland. Nein, ich bin sorry, dass es nicht korrekt ist. Italien, die Pizza-Fresser... ...ähm, Spanien... ...Weltmeister, Portugal, Waldbrand im Moment... ...und Dänemark, Urlaubsland Nummer 1. Fertig, das war's. Na, wenn nächstes Mal die amerikanische Stadt kommen, kenne ich mich nicht aus. Eiffeltürmhut, sagst du? Eiffeltürmhut, sagst du? Der wird dann mal gleich gewehrt hier. Gewehrt, Alter, ich kann... ...ich bin Englisch-Pro-Number-One. Biatch. Moin, Jimmy Hopkins. Ich muss diese ganzen Parts, muss ich noch alle rennen. Oh, hier ist das Fahrrad. Das ich mir gestern geklaut hab. Also, gestern im Spiel. Ich weiß nicht, macht das jetzt Sinn, noch eine Mission anzufahren. Ich hau die Akmaier. Nee, das meint es gar keinen Sinn, glaub ich. Funny War, Bro. Ich kann auch Funny War, hier live, Alter. Ist ja nicht schwer. Ja, 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 vielleicht haben wir uns zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier gerade habe, aber vielleicht auch schon 200 Mal nennen. War es unwahrscheinlich. Was unwahrscheinlich ist, aber möglich. Du siehst nicht auf einem Motorrad. Was unwahrscheinlich ist, aber nicht möglich. War es unwahrscheinlich, ja, ist aber nicht möglich. Äh, aber möglich. Das ist doch keine Gewalt. Das ist aus Versehen gegen die Gegend fahren, aber da war es auch. Ich weiß nicht, ob man im Kreis, damit der Unterricht gleich weitergeht und dann in die nächste Mission hier. Ja, nee. Nichts da. War gefährlich, ne? War gefährlich. Ja, nee. Nichts da. Ey, hörte ich diese Musik? Sie wiederholte sich nochmal. Ich mag die Musik. Ich hoffe, es ist kein Englisch. Ja, ja, ja. Oh, jetzt, jetzt juckt auch nochmal mein Handgelenk. Ja, ey, let's play. Ne. Das ist so anstrengend, ey, wenn das Handgelenk juckt. Was habe ich denn da oben für Unterricht? Was hat denn denn dafür ein Unterricht? Mathe. Oh nein. Mathe. Ist hier irgendwo ein Taschenrechner? Nein, scheiße, dergeil. Ich hoffe, dass alle bereit sind, etwas zu lernen. Das ist nicht so, dass es das letzte Mal ist. Hier ist 100%. NIGGE. 3 plus 4. 7. 50 gleich. Was ist... Oh, oh. Ahem. 6 mal 6. 30. Wie viele Dreckel? 2. Was ist am kleinsten? 12. Gleich. Hm. Was ist das? Das oder... Oh, ich habe nur die ganze Zeit. Ja, rein. Welche Zahl ist am niedrigsten? Das war nur 3. 8 plus 3. Wie viel ist denn das? 1 halb ist 0,5. Was ist am langsamsten? 120 gleich. 8 mal 12. Oh, das war falsch. 2. Was ist am schnellsten? 99 gleich. 11 mal 9. 12 plus gleich. Hm. 11? Ich weiß noch Mathe. 35 gleich. Äh, was? Was wollen die? Oh. Oh, nein. Wie viele Dreckel? Äh, keins. 1, 2, 3, 4, 5. 0,9. Ähm, 15 minus 6. Wie viel ist denn das? 9. Was ist am schnellsten? 0,5 gleich. Äh, hä? Das ist doch 1 halb. Was ist am höchsten? 70. Okay, hab's geschafft. Welche Zahl ist am höchsten? 79. 7 plus 3 gleich 10. 12 plus 4 gleich 10. Der hat einen Lamm-Peter-Pan. Äh, oh. War das falsch? Egal. Ich hab's geschafft. Egal. Merkt ja keiner. So, äh. Kein Kaffee mehr übrig. So. Ähm. Freunde. Ja? Mhm. Genie-Perücke. Naja. Viel mit Genie hat das jetzt auch nichts zu tun, oder? Hier steht doch eigentlich hier auch. Da oben. Aufgabenstatus. Fotografie und Arbeitslehre. Ah, okay. Arbeitslehre ist auch scheiße. Warte mal. Morgen, na, ach so. Hm. Also ich hatte jetzt... Adcon, Mathe. Also kommt... Oh nein. Also kommt morgen Chemie und Englisch. Okay. Ah, ich bin so schlau, ey. Es gibt doch sogar einen Stundenplan, ey. Warum wusste ich das denn vorher, ja? Äh, äh, äh. Ne, diesen Mr. Hattrick, ich glaube, ich verdiene das erstmal ohne Geld. Und ja, ich ziehe das Let's Play in die Länge. Und ja, es interessiert mich nicht, was ihr dazu sagen wollt. Ich hab ja, glaube ich, einmal angedeutet, dass ein Freund von mir mein, äh, Gewinnspiel macht, ne? Ich hab das noch nie verlinkt. Und ich müsste das ja auch eigentlich in die Video, äh, oben in den Titel reinschreiben, damit ihr denkt, dass ich was verlosen hab, damit wir noch mehr Klicks bekommen, weil wir extrem klickgeil sind. Ja, versteht er? Wir sind nämlich fast wie die großen YouTuber, wir sind fast nur noch Commercial. Ja, Gamestar und so verdient durch uns richtig viel Geld. Weil wir im Gamestar-Netzwerk sind, sind wir nicht, aber egal. Ich glaube auch schon wieder scheiße, so wie ihr mich kennt. Oh, was war das denn? Das ist halt wieder so eine G- und G-Karte, ne? G-Punkt-Karte. G- und G-Punkt-Karte. G-Karte, das ist nicht so schlecht. Das ist Zeitung aus Traum hier, ne? Ja. Ja, rein. Zeitungs-Intro. Das machen wir jetzt, weh? Klar! Ach ja, wenn ihr mich fragt, warum die Scheuerung so scheiße bei mir aussieht, ich benutze das Maus- und Tester-Tür, weil mein G-For-lehr das irgendwie nicht so richtig versteht. er kann doch eine Belegung ab, weil er aber behindert ist. Ich hab nicht so weit rausgesucht. Uah, my dad. Hm, das war jetzt scheiße. Ja, ich würde es ja gerne machen, aber das geht leider nicht. Also hier jetzt links lang. Und da rein. Ja, das war der falsche. Ach komm. Leck mich doch. Ja, toll. Ja, geht doch. Komm, jetzt müssen wir die Zeit aufholen. Scheißdreck, ey. Ich glaube, das wird wohl nichts mit Geld verdienen heute. Da, 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 da. Ach, der Lager wieder mal. Äh, hier rein. Ja, da rein. Bist du dumm? Scheißdreck, ey. Muss ich ja nur vom Fahrrad machen, ey. So, geht doch. So, hier nur noch zwei Stück. Das ist geschafft. Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Die Tür ist groß. Oh, das kann nicht sein. Ich versuchte dir mal ganz, ganz fein die Zeit zu stellen. Das geht da nicht. Hä, wo ist denn der Rezipi-Kast? Ja. Ja, leck mich doch. Wo war denn der Rezipi-Kasten? Das möchte ich jetzt aber normal machen. Oh, leck mich doch. Sag, ja, das würden, ey, dieses dumme Scheißdrecksfrau, ey. Die gehört in die Küche und nicht hier auf der Straße, ey. Mann, 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 Mann. Und ja, ich bin sexistisch. Ich bin rassistisch und das ist mir völlig egal. Schau mal, das Intro, ne? Rasenmähen, Zeitungsjünger, okay. Ich bin mit dem Geld damit verdient, damit ich auf den Kirmes kann. Das würde ich nicht mehr als nächstes machen. Dann würde ich, glaube ich, Luftgewehr erschießen, wenn es sowas dort gibt. Gab's doch noch, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich bin das Spiel auch. Ja. Es ist lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Zeitungsjünger Intro, Mama. Ja, oh! Hey, Kind! Hast du jemand gehört, wie ich die Papers geliefert habe? Okay! Okay, hol die Papers und geliefert sie alle! Oh! Komm, nimm mich doch mal ein bisschen schneller, ey! Schau! So, geh doch! Hol die Zeitung auf dem Übel ab! Hab ich schon nicht? Ne, hab ich noch nicht. Das ist ja mal richtig YOL! 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 verschwender ich kenne das Problem mit dem Hundertwissen aus Träger auch Kirche ich habe drei neue Kunden, ich bin hier nämlich freier ich bin zuhörter ich bin zuhörter ähm ja ich geh einfach mal auf die Kirmes auf der Kirmes auf der Kirmes da habe ich jetzt richtig Lust zu boah, Alter, bin ich langsam mit dem Hinten ich glaube, da war Kirmes könnte man dann auch, glaube ich, Roller äh, gewinnen, oder ein Card, oder warte mal also nur Coupons, Coupons dafür sorry, sorry auf dem Platz Oui, Mama boah da sind so viele Parts, die ich hier heute aufnehme, ne ganz recht locker für zwei Wochen weil ich ja immer nur Dienstags Donnerstags und Sonntags hochladen Scheiß auch, Alter, ein Dollar Scheiß auch, Alter, ein Dollar das ist nicht ja ey, wir müssen mal laufen wenn das Spiel abstürzt, nicht töte dich so, ey Alter hau rein Bist du behindert? Junge, 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 ey ey ey, du kannst den Appercut, ey dann noch ein, ja du kannst hier liegen bleiben, ey jetzt kommt der mit dem Fahrrad hier durch und ich nicht ja, okay dann, äh mal lücken, was ich hier alles machen kann, ne ach, hier, warte, warte warte Baseball, okay das wird nicht so einfach das wird nicht so einfach trifft rein zu gewinnen oh, oh, oh oh, okay oh, okay was? wen muss ich denn da treffen? ach so die ah, das ist jetzt, naja kann ich die eigentlich aufwerfen? ich meine auch ne Runde ich meine auch ne Runde ähm willkommen 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 du hast was es braucht, Kind he he hey, schau es hm 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 alles verarsche ich hatte da noch einen leck mich doch leck mich doch ich hatte da noch kann man ja hol was anderes mit meinem Luftgewehr schießen oder so weiss sagungen öffnen ist da was zu gewinnen ach so nein, lass mal hol mal preis booo warte, das ist ach, ah ja da ist nicht schön rieit ried 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 könnte man hier Luftgewehr schießen? guck mal, ich kann mal Holy Lucas war spielen Das ist mir aber ein richtiges Geld aus dem Tag, oder? Was muss ich machen, was muss ich machen? Wo ist? Am Arsch! Komm, meine Wunde, komm! Komm, komm! So, jetzt hau hier auf! Wann ist das schön zu? Oh! Fick dich, Alter! Fick dich! Hat er geschafft! Noch eine Runde! Oh, jetzt hier, wieder! Oh, jetzt hier, wieder! Krall, oh, wieder geschafft, ey! Na, das könnte da nicht mehr, das könnte da nicht! Komm, bis ich, bis, bis zwei, also zwei Mal! Wenn ich es schaffen sollte! Wow, ich bin der Ticketficker! Ja! Fünfzig nur! Okay! Eigentlich müsste ich diese Frau gleich schlagen, ne? Hab ich gehört! Jetzt wird hier Schiff vergewaltigt, man! Ja! Ja! Ich bin so hart, Bitch! Hau den, Lukas! Ich hatte aber auch mal in der Klasse, der hieß Lukas! Hab ich auch mal gewonnen! Ja! Vielleicht war der nicht so cool, Alter! Und wieder geschafft! Bing, bing, bing! Boah, ich bin so gut, Mann! Klitsch, klatsch! Was ist da? Okay! Oh, das war natürlich nicht so cool, ey! Ach so! Jetzt fliegt der Liliputana, dort schönes Wasser, aber... Fisch! Splash! Hab ich noch mal? Ne, schau doch! Noch einmal, komm! Oh, jetzt hier! Oh, schon wieder geworden! Das ist ja auch einfach, ey! Da kann man ja richtig... Richtig coole Sachen da hin! Ich hätte schon drei Würfe, hätte ich jetzt aber auch noch ausnutzen! Ich wusste immer, dass ich es tun könnte! Du hast das wundervollste Gesicht, die ich je gesehen habe! Du solltest in der Tarkett der Ballsbund! Ist das zu schwierig für dich? Oh, 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 oh! Du kannst dich nicht so gut machen! Jan, das war nicht gut! Jan, 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 Jan! Du solltest in der Tarkett der Ballsbund! Ist das zu schwierig für dich? Oh, das war jetzt ja... Ich weiß aber nicht, dass deine Mutter dich liebt! Ja, ja... Das sieht gut aus! So, jetzt noch einmal, dann hab ich hier wieder 12, dann hab ich jetzt hier 24... Ja, ich kann doch wohlmatten, gell? Ja? Ich kann wohlmatten! Guck ich mal, wie viel ich für diesen Motorroller oder sowas brauche. Oh, das war jetzt schlechte Macht! Das ist schwer... Das ist schwer! Ich habe das gesehen! Ja, das ist schwer! Ja, da... Da konnte ich jetzt echt mal. Sorry, aber Leute, ne? Okay... Ah, komm! Feiert mich doch mal! Feiert mich doch mal! So! Na gut, ist das schön nach so klein, die Podana, ne? Okay... Dann würd ich mal sagen, ich hier mal plus ins Preis zählen... guck mal wieviel so ein Roller oder sowas da kostet und ich soll dann auch gleich mal langsam nach Hause 24 Mädchen 75 das geht ja alles Schwachsinn Heidenschein nachdem auch auf jeden Fall ach sorry auf jeden Fall da ist das coolste der Roller den ich meine das coolste ist der Roller einfach nur ähm ich fasse noch ein bisschen nach Hause dann speicher ich na komm, wir haben bisschen Gas hier Junge Jimmy Hopkins Jimmy Hopkins er ist der coolste auf den Welt James Bond James Bond ich hab relativ lange keinen Schulbuss ich hab in relativ vielen Parts keinen Dreck mehr gemacht keiner zu einem ich weiß nicht, ich glaub ich nehm vielleicht noch Part auch für euch weil ihr so extrem cool seid weil ihr immer unter die Kommentare schreibt ihr bist cool und so alter ihr seid cool macht bitte weiter wir freuen uns auf eure Let's Plays Kommentarys und so das find ich echt cool von euch wir sind ne kleine aber eingeschworene Community Leute ja so ein 20 Minuten Part hier Alter ach die merken das schon nicht wenn ich hier rumsneake Alter ja komm dann mach ich noch gleich ein Part ein bisschen ein Part Englisch mit Chimmy glaub ich Part Englisch und Chimmy 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 Hopkins hier er er oh ich weiß schon wie ich diesen Part nenne die Kirmes die Kirmes die Kirmes die Kirmes ja achso ok ähm ja Leute dann würde ich mal sagen ich mach mal hier die ähm Feststelltaste aus erstmal könnt ihr auch nicht sehen ich drück jetzt num und 3 das bedeutet dass ich das jetzt hier beende wenn der Zeiger auf der 3 ist wird er hier beendet ja ja und tschüss Freunde